So, Tag 2, Oberkörper, Rückbewegung. Und zwar Liegestütz-Version Nummer 1, die zweite machen wir morgen. Das heißt, wir halten, wir gehen in den Liegestütz, geht hier runter und haltet hier so lange, bis ihr nicht mehr könnt. BZV, geht wirklich alles. Also erst wenn es hier anfängt zu schlackern und alles, und ihr wirklich nicht mehr könnt, dann lasst ihr euch bald. Und wenn ihr wirklich BZV macht, dann könnt ihr eine Minute Pause machen. Hört ihr vorher auf 30 Sekunden. Wenn ihr merkt, es geht gar nicht mehr, es geht nach 3-4 Sätzen nicht mehr, dann macht ihr auf den Knien weiterhalten. Aber macht es euch am Anfang halt so schwer wie möglich. Wenn ihr sagt, das geht nicht mehr, dann macht ihr halt hier oben halten, bis es nicht mehr geht. Es kommt halt auch an, welches Leistungsniveau ihr habt. Aber ich denke, auf den Knien könnt ihr meistens schon ausführen und die Fortgeschrittenen wirklich nach unten gehen. Und davon könnt ihr auch 10 bis 15 Durchgänge machen. Okay, bis gleich.